Moin Proos, heute für euch im Test die Rubin von Niko Europe. Das ist eine schöne kleine Effektbatterie, sogar mit Zerlegern. Die gab es dieses Jahr bei uns im Krümel für glaube ich 2,99€, 3,99€. Irgendwie sowas mit einer Drehrung. Schöner 12 Schisser mit um und bei 50g Nrm, also nicht so viel. Wir hatten aber letztes Jahr schon die aus der gleichen Baureihe, die Samaragd, getestet. Da könnt ihr euch das Testvideo von uns angucken. Die hat mich tatsächlich so überzeugt, dass ich mir dieses Jahr dachte, komm kaufe ich auch mal die Rubin und teste die für euch. Also viel Spaß beim Test. Jetzt die Rubin von Niko. 12 Schussbatterie, die rote. Das war der Grund. Deine Art. Der Grund. Der Grund. Der Grund. Euro-Batterie. Kaufempfehlung. Geht auf jeden Fall raus.